ob ihr das video vielleicht zu hause schaut oder ob ihr es vielleicht hört auf dem weg in den ludwigspark das ist egal ihr seid hier an der richtigen adresse wenn euch kritische unabhängige berichterstattung zum ersten fc saarbrücken am herzen liegt und ihr den verein trotzdem mögt so wie ich das tue mein name ist carsten pilger und ihr kennt das prozedere bei den q&a videos ich glaube das ist schon das fünfte mal vielleicht wo wir das hier machen jedenfalls habt den inhalt dieses videos in gewisser weise ihr mitbestimmt ihr wart nämlich dazu aufgerufen fragen einzuschicken via facebook instagram youtube mich haben ganz ganz viele fragen erreicht und deshalb muss logischerweise erstmal der disclaimer erfolgen erstmal ich bin ein fan wie ihr es auch seid natürlich bin ich journalist bin ein bisschen näher dran an gewissen dingen bisschen weiter weg von anderen ich beantworte alle fragen hier aus meiner persönlichen perspektive auf grundlage dessen was ich weiß da wird der ein oder andere bestimmt sagen nee das ist ganz anders ich weiß das viel besser bescheid dann gibt es etwas das nennt sich kommentarsektion da dürft ihr gerne am ende mit diskutieren aber wie gesagt ihr fragt mich hier aus meiner perspektive heraus entsprechend bekommt ihr diese antworten und antworten bekommen ganz ganz viele leute auf ganz viele fragen aber natürlich wie immer nicht alle fragen können in so einem video abgehandelt werden ich hoffe da habt ihr verständnis für es soll auch nicht über über lange sein und es gibt auch fragen zu denen habe ich entweder ganz ehrlich gesagt gar keine meinung oder ich habe auch vielleicht nicht immer die expertise die zu beantworten wenn es jetzt um vorfälle geht am stadion im stadion wo ich dann vielleicht zur selben zeit ein paar hundert meter weiter ganz in ruhe bier getrunken hat mit freunden und dann nicht da war ich ob da habt ihr verständnis für und jetzt gehen wir mal rein natürlich steigert sich alles so es gab auch fragen die wurden häufiger mal gestellt ihr wisst welche ich meine die haben es natürlich ins video geschafft let's go ausnahmsweise beginne ich mal mit einer persönlichen frage wie bist du saarbrücken fan geworden und ihr seht schon ich habe das trikot aus der saison 2000 2001 an in dem jahr 2000 ist das wirklich so zu suchen die ursache für mein fantom beim ersten fc saarbrücken ich war ziemlich begeistert von dieser topmüller truppe damals in der zweiten liga damals durfte ich noch nicht ins stadion gehen das haben ja meine eltern noch nicht zugemutet aber ich habe dann natürlich die spiele immer im dsf geschaut auch das live spiel gegen nürnberg das hat krass geprägt geprägt aber auch andere tolle ereignisse aus dieser saison und daran schließt auch so ein wenig die zweite frage an wann warst du das erste mal im ludwigspark und mit wem ihr habt schon raus gehört bei mir gibt es nicht diese klassische story die eltern nehmen einen mit zum spielbesuch ich würde anders herum sagen ich habe am ende dann häufiger mal meine eltern mitgenommen und die dann vielleicht auch ein wenig zu fc fans gemacht mein erstes spiel im ludwigspark war im märz 2003 gegen schweinfurten jetzt denken einige vielleicht das aufstiegsspiel nein eben nicht in der saison vorher es war ein ziemlich geiles spiel weil da gab es einfach ein paar kuriose sachen es gab einige rote karten und schweinfurt ging dann irgendwann durch almir delic in führung der spielte dann später auch beim fc mal und in der letzten spiel minute gab es einfach ein elf meter für den ersten fc saerbrücken ich war damals da mit den oldies aus rehling quasi der vor ort fanglub für mich und auch eine schulkameradin war da drin und das war halt so ein umfeld haben meine eltern mal gesagt okay mit denen kannst du gern mal ein spiel gucken gehen war auch eine gute ranführung an ersten fc saerbrücken und dann sind wir quasi alle auf der heutigen binkertribüne und denken so yes wir kriegen doch noch den ausgleich ich sehe bei meinem ersten fußballspiel dann doch noch ein fc-tor und es stürmt einfach der fc-torwart erol sabanoff über das ganze feld nach vorne und jeder denkt was ist jetzt los schießt er den elf meter und er bekam dann rote karte bevor jemals örtüli den ausgleich gemacht hat und ich glaube alexander rosen heute bei hoffenheim der ging dann noch für ein paar minuten ins tor ganz kurioses spiel hat schon viel vorweggenommen wie crazy der verein eigentlich ist was denkst du wie sich die mitgliederzahlen jetzt entwickeln ich glaube dass die stabil weiter ansteigen werden aber dass ohne diese großen ereignisse wie pokalspiele in nächster zeit jetzt nicht wieder der run ist wie wir in den letzten monaten hatten die zahlen die sind die kratzen glaube ich an der zehntausender marke sind vielleicht auch drüber und ich glaube dass der größte anreiz für so eine mitgliedschaft war eben die kartenknappheit bei großen highlight spielen das ist in nächster zeit erst mal nicht gegeben muss man ja auch schauen qualifiziert sich der fc nächstes jahr wieder für den dfb pokal da muss man ja auch erst mal durch den saarland pokal oder in der liga mindestens vierter werden und wenn da wieder highlight spiele kommen rechne ich mal damit dass weiter die zahlen ansteigen aber das hat auch so eine natürliche grenze weil irgendwann ist es halt so dass durch dauer karten und mitglieder eben auch viele mitglieder nicht mehr spiele karten für solche spiele bekommen das gab es ja auch jetzt schon und deswegen denke ich da wird es einen stetigen trend geben aber der große run den wird es erstmal nicht so geben wie kann ein pressesprecher den erzrivalen als freund bezeichnen und warum gibt es darauf keine reaktion des vereins eine schöne frage über den pressesprecher habe ich ja auch das ein oder andere mal im video gesagt da will ich jetzt ein bisschen milder urteilen weil der mann ist einfach fan des fc 08 homburg und des vfl bochum der hat mit sicherheit einen anderen blick aus auf den ersten fc kaiserslautern als viele fcs fans den blick haben warum nicht darauf reagiert wird also meiner erfahrung nach ist es halt so dass peter müller vor allem sehr stark an präsident hartmut ostermann geknüpft ist als person auch dass er im verein wirkte es schon jahrelang pressesprecher von ostermann und kam ja über die schiene auch in den ersten fc saarbrücken entsprechend ist er auch mächtig ja er sagt zwar vielleicht dass die leute seine macht überschätzen tatsächlich weiß man aber auch dass es nicht wenige kritiker innerhalb des vereins an ihm gibt aber wegbekommen tut ihm keiner kein pitino kein rüdiger ziel und entsprechend glaube ich dass der verein da nichts unternimmt zeigt halt dass er relativ mächtig dann am ende des tages doch ist wer ist für die kommunikation bezüglich des trikots verantwortlich und wie kann man auf die die auf die idee kommen die limitierung wieder zur debatte zu stellen das geht da wieder um dieses 120 jahre sondertrikot mit den boxen die ganze geschichte da habe ich ja auch schon meins zugeschrieben ich will es jetzt auch nicht übertrieben lang beantworten erstmals für die kommunikation natürlich der pressesprecher verantwortlich also peter müller aber auch der gesamte verein beziehungsweise das präsidium muss ja da irgendwie dahinter stehen ich denke mir mal man hat gedacht vor dem kaiserslautern spiel das ist jetzt noch ein großer zeitpunkt um viele trikots zu verkaufen es gab ja viele anfragen und man hat wahrscheinlich gehofft dass man über dieses mitglieder votum die votum die leute abholt und denen vermittelt dass ihre stimme gehört wird ich glaube dass es dann anders ausgefallen ist dieses votum hat er dafür gesprochen dass viele leute enttäuscht waren dass das präsidium da ein versprechen nicht gehalten hat und da war es wahrscheinlich auch eine wertvolle lektion für salvo pitino dass es schon leute gibt den versprechen da wichtig sind und die eingehalten werden wollen also aber am ende des tages so was darf man jetzt auch nicht überbewerten es geht da um merch artikel und die leute dieses trikot haben das ist schön für die ich persönlich hätte mir auch eine versöhnlichere lösung gewünscht dass man vielleicht auch noch den leuten die kein trikot bekommen haben weil die box dem zu teuer war dass man die irgendwo noch abholt aber wie gesagt sind ja auch gewissermaßen lehrjahre für einige leute im präsidium was würdest du davon halten die mitglieder mal über ein trikot design abstimmen zu lassen der verein könnte vorschläge entgegennehmen und abstimmen lassen die fans kaufen es ja auch klar das könnte der verein mal machen das haben auch vereine glaube ich wie eintracht frankfurt in der vergangenheit mal gemacht dazu muss man sagen es gab auch schon versuche vom 1. fc saarbrücken die fans einzubeziehen beim schaldesign hat man einfach leute angesprochen in der fanszene die sich damit schon so ein bisschen auskennen weil die vielleicht den ein oder anderen fanartikel aus der ultra szene mit designt haben dann gab es vor einigen jahren mal ich glaube vor zehn jahren inzwischen sogar einen wettbewerb wo ein t shirt designt wurde und dass der gewinner entwurf der wurde damals auch in den fanshop gegeben ich meine ich habe den sogar damals gekauft also so niedrigschwellig mit kleineren fanartikeln geht das auf jeden fall bei trikots kommt halt hinzu dass man gewisse bestellfristen einhalten muss muss dann auch noch mal bei 11 team sports nachfragen was würde das kosten on top und wie geht das und da sind glaube ich dann die hürden noch mal ein bisschen höher als bei so einem fan t shirt aber grundsätzlich wäre das durchaus eine schöne idee finde ich auch sollte man in die bräuer mehr spielzeit geben da kommt jetzt keine antwort für andy bräuer von mir sondern eine generell ich glaube die spielzeit auf dem platz sollte sich vor allem an der trainingsleistung und an dem bemessen was der trainer im training und in den spielen sieht und wenn andy bräuer nicht genug spielzeit hat dann ist halt der hebel entsprechend zu suchen in trainingsleistungen vielleicht auch in einem gewissen angebot auf dem platz in einem gewissen können und natürlich wäre es schön wenn die talente auch mehr spielzeit bekommen gleichzeitig muss der trainer ja auch so handeln dass er das bestmögliche ergebnis für den verein auf den platz bringt gerade jetzt wo viele leute vielleicht doch noch mal denken dass man in angriff nach oben starten könnte dann finde ich mehr spielzeit wäre schön gleichzeitig muss man sich da auch den der realität stellen jetzt wird schon sportlich ist das projekt trainer deiner meinung nach gelungen ihr wisst dass ich mich häufig sehr kritisch zu dieser konstellation ausgesprochen habe ich glaube allerdings wenn man jetzt mal guckt auf die entscheidung die ziel so fällt oder was generell so passiert ich glaube nicht dass er so eine macht fülle hatte wie zum beispiel damals milan schasic vor zehn jahren sportlich finde ich dass er als trainer rüdiger ziel in dieser saison eher hinter den erwartungen zurück bleibt weil ich glaube nicht dass vor saison beginn das ziel ausgerufen wurde in den dfb pokal ins halbfinale zu kommen aber bestimmt schon oben mitzumischen und lange hat man so viele unentschieden gesammelt das war ein bisschen hinter den erwartungen gleichzeitig würde ich nicht dafür werben und die frage kam häufig sollte man einen neuen trainer holen wer ist denn auf dem markt ich will jetzt einmal hier sagen ich bin kein fan davon jetzt einen panik trainer wechsel zu machen zum sommer hin weil wir hatten ja auch schon unter koschen hat die situation dass spieler vielleicht unzufrieden waren ein paar lautsprecher in der mannschaft mit dem trainer und dass das für unmut gesorgt hat und dass koschen hat vielleicht auch nicht der größte menschenfänger war und dann auch nicht den attraktivsten fußball hat spielen lassen aber man kann auch nicht jedes mal einen trainer wechseln und bei ziel ist jetzt glaube ich im kommenden sommer die chance da hat man zum ersten mal eine mannschaft auf dem platz die überwiegend von ihm zusammengestellt wurde und die seiner vorstellung von fußball entsprechen sollte und auch muss die chance würde ich ihm auf jeden fall geben sein vertrag endet soweit ich weiß auch auch 2025 mit der amtszeit der präsidenten die da bestellt sind deswegen sehe ich im moment noch keinen sei jetzt mal grund zu sagen es wäre wichtiger jetzt den trainer zu wechseln als dass man das so beibehält gleichzeitig würde ich mir wünschen dass man das thema professionalisierung des vereins aufstockung des sportlichen vorantreibt und auch das problem ist ja wenn er trainer ist kann er nicht mehr in dem maße manager sein wie es wahrscheinlich geplant hatte deswegen würde ich mir schon wünschen dass zumindest mal im sportlichen bereich das ganze ein bisschen ausgebaut wird kommen wir vielleicht später dazu was da mein wunsch wäre ich dieses mal schon an eine datenabteilung würde ich mir sehr wünschen beim ersten fc saarbrücken jemand hat gefragt wie es mit dem klub weitergeht wenn ostermann nicht mehr da ist erstmal hat der fc saarbrücken ja die verträge mit der victors group und nicht mit der person hartmut ostermann also ist man da in gewisser weise abgesichert gleichzeitig kann man jetzt nie wissen wie dann die strategische ausrichtung von dem unternehmen irgendwann mal ist wenn ostermann nicht mehr ist es wird ja immer wieder viel gesprochen über das thema vermarktungsrecht und über angebliche sponsoren die zurückgehalten werden im saarland die gerne rein würden im größeren stil deshalb komme ich jetzt zu einer frage die auch gestellt wurde sollte der verein die der heißes marketing recht ist sind aber die vermarktungsrechte zurückkaufen ja sollte er aber auf keinen fall jetzt denn da müssen wir einen kleinen exkurs machen was sind denn vermarktungsrechte oder wie funktioniert sportvermarktung es gibt große unternehmen wie lagardea und in front die gehen zum fußballverein ex und sagen wir würden gerne deine vermarktungsrechte abkaufen du bekommst dafür wahrscheinlich eine signing fee und eine garantie summe jedes jahr solange der vertrag läuft und du kriegst immer diesen minimum diesen mindestbetrag und dafür füllen wir dir die banden das trikot alles was man verkauft hat quasi an den sportvermarkter und wir bekommen dann einen prozentsatz davon aber du hast immer diese garantie summe drin und im grunde lagert der verein dann was aus was auch selbst machen könnte hat aber eine gewisse sicherheit dahinter dass er mit denen und jenen summen planen kann und beim 1. fc saarbrücken ist das dann eben kein sportvermarkter der diese vermarktungsrechte hat sondern victors und victors garantiert quasi dann jedes jahr für eine gewisse summe x die einfach da ist und solange für die diese summe x garantiert wird ist die frage ob der die so schlecht ist wie wir immer nach außen dargestellt wird weil er eben auch dem vereine sicherheit gibt und es bindet ja nicht nur den vereinen victors es bindet umgekehrt auch victors an den vereinen und sagt auch für den sportlichen misserfolg dass trotzdem geld fließt und jetzt kann man sich mal die frage stellen was reinhard klimt damals vor über zehn jahren auf einem fan treffen wo ich auch war gesagt hat ist dass es ein rückkaufrecht gibt für diese vermarktungsrechte und das ist zum gleichen preis wie die damals veräußert wurden die genaue summe wurde öffentlich nie genannt aber es gibt so spekulationen dass es so im raum liegt irgendwas im einstelligen bis unteren zweistelligen millionen bereich und was würde denn passieren bei einem rückkauf man müsste dann quasi victors nehmen wir mal eine summe zwischen 7 bis 10 millionen euro zahlen und dann hat man die vermarktungsrechte zurück aber dann hat man halt nicht mehr dieses sponsoring dann hat man erst mal diese summe von einem zweitliga rekordtransfer gezahlt und hat dafür nichts außer dass man die rechte wahrscheinlich an den nächsten vermarkter weiterverkauft und dann nicht unbedingt dieselben summen kriegt die man vielleicht vorher hatte sprich ich glaube dass man diese vermarktungsrechte mal zurückkauft macht erst sinn wenn man vielleicht mal eine dekade in der zweiten liga gespielt hat und so viel geld zurückgelegt hat dass sich der kauf auch lohnt aber dann muss man wissen es ist nicht direkt die große geldmaschine vor allem nicht jetzt in der dritten liga und das befriedigt jetzt vielleicht viele nicht die denken aber du bist doch so ein kritisches blog und so und jetzt sagst du was was eigentlich pro victors ist nein es ist ja pro verein wenn ich das so ausdrücken will es macht zum jetzigen zeitpunkt keinen sinn welchen spielern würde ich keine steine in den weg legen und wen würde ich gern behalten das ist eine sehr schwierige frage ich glaube abgeben würde ich vor allem jetzt erst mal biada der hat einfach nicht überzeugt in den jahren die er hier ist ich würde den jungen spielern keine steine in weg legen weil ich glaube kodir bar schahin rektenwald den wird es gut tun irgendwo zu sein wo sie regelmäßig spielen und ich glaube nicht dass das beim fc in näherer zeit der fall ist bei tim patterrock ich glaube das ist auch ein bisschen zu schade für ihn nur auf der bank zu sitzen spricht das ist jemand den kann man gern behalten aber steine in den weg legen würde ich ihm jetzt auf keinen fall auch bei tim schreiber bin ich der meinung das ist ein guter torhüter die frage ist würde ich eine transfersumme an leipzig zahlen die hoch ist ich glaube eher nicht und so ein härtefall ist meiner meinung nach kasim rabijic ich würde als trainer erstmal gucken passt er so ins system im moment habe ich das gefühl er passt nicht immer gut ins system und gerade zum beispiel in dresden wo er nicht im aufgebot wo er nicht in der startelf war wirkte der fußball ein bisschen dynamischer da würde ich echt noch mal gucken wie das aussieht ein anderer härtefall ist wirklich richie neudecker das ist ein super talentierter kicker aber der ist jetzt auch ganz lang raus und die frage ist halt wirklich gibt es noch in den überlegungen von rüdiger ziehen den platz für ihn und das müsste man mal checken einfach marcel gauss würde glaube ich jeder gern halten aber ich würde ihm auch jetzt nicht verwehren die karriere zu beenden wenn er zurück zur familie will halten würde ich tatsächlich robin becker der ist relativ frisch und macht einen guten eindruck lukas böder auf jeden fall ich würde auch bei naifi schauen welche rolle nimmt er in der nächsten saison ein er hat sehr überrascht da kann man durchaus gucken ist das sind die der sich lohnt bei die michele sanchez würde ich auch erstmal das go geben sei denn man macht jetzt wirklich auf dem transfermarkt eine entdeckung bei vertragslosen spielen oder leuten wo der vertrag ausläuft wo man auf der position das wird ja auch eine wichtige position nächstes jahr die linke außenbahn wenn gauss geht eine klare verbesserung findet ich fange mal mit einer frage an die gestellt wurde in der großen frage wenig verpflichten würde ob ich finde ob schreiber oder batz besser ist ganz klar daniel batz aus dem sinn dass tim schreiber einfach ein anderes alter ist und torhüter eigentlich später reifen weil viele torhüter wenn sie jung sind eben noch nicht die spielpraxis und erfahrungen sammeln können wie andere spieler auf anderen positionen für die es leichter fällt einsatzminuten zu sammeln ich glaube tim schreiber ist ein super talentierter torhüter das ist ein guter zweitliga stammtorhüter potenziell aber zum jetzigen zeitpunkt ist halt daniel batz hat halt schon über mehrere saisons als stammtorhüter wenn auch in der dritten liga unter beweis gestellt dass er das kann ich glaube er hätte auch zweite liga gekonnt und entsprechend ist das schwer zu beurteilen natürlich kann so ein tim schreiber irgendwann auch mal besser werden als in daniel batz das liegt eben an dieser unterschiedlichen entwicklungszeit von torhütern aber kommen wir zur frage neu zugänge der fc saarbrücken baggert ja anscheinend schon an julian stark vom sc freiburg 2 so als ersatz für luca kerber auch und ich glaube generell ich habe mich jetzt mal umgeguckt bei vor allem bei mannschaften die in der dritten liga drauf und dran sind abzusteigen was denn da spannende kandidaten wären da wäre für den sturm vielleicht sogar dominik baumann guter weil da müsste man mal schauen hat der vertrag in halle für die vierte liga wenn nicht wäre das vielleicht ein schnäppchen was man machen könnte weil tor garant ist es und im sturm wird man auch schauen müssen wie ist es jetzt mit der rückkehr von sebi jakob vor allem aber auch von patrick schmidt dann eine spannende abstieg bei abstieg des msv duisburg sind spannende optionen finde ich vincent müller der keeper der ist sehr jung und der wäre dann zu haben und ist ja auch laut medien jemand den der fc im blick hat er noch als ben voll von viktoria köln der ja auch eine starke leistung gezeigt hat gegen uns aber da hat der verein wohl eine option wenn man transfermarkt glauben darf wenig aber auch beim msv spannend fand ist der außenverteidiger niklas kölle der da so glaube ich in der mannschaft die ganz arge probleme hat noch ein lichtblick ist da sollte man vielleicht mal schauen weil auf außen hat man auch beim fc immer bedarf dann gibt es dann noch ein spieler bei den münchener löwen nämlich tim rieder wo der vertrag ausläuft und das ist ein soccer and more spieler also mein tipp mal drauf schauen ob der nicht vielleicht auch in den nächsten wochen mal ein gespräch ins gespräch kommt beim fc es wurde auch viel gesprochen über einen anderen soccer and more spieler françois la juguie der noch beim fc an sie in der zweiten französischen liga unterwegs ist da lag es ja vor allem daran dass der verein in letzter minute noch die lizenz bekommen hat dass er nicht schon zum fcs gewechselt ist jetzt läuft sein vertrag aus ich kann mir vorstellen dass das interesse nach wie vor groß ist weil sie auch so eine baustelle ist die defensive wo man vor allem auf den außen handeln muss dann gibt es zwei spieler vom erzrivalen aus kaiserslautern deren namen immer mal wieder fallen daniel hanslick das ist einfach nur logisch dass der name fällt weil der hat 52 spiele unter rüdiger ziel in wolfsburg gemacht und ich finde es auch legitim dass ein trainer sagt er schaut sich spiele an die er aus seiner eigenen arbeit mit denen gut kennt wäre natürlich auch eine option und philipp hercher der hat in der dritten liga finde ich gute leistungen gezeigt dass auch ein außenspieler und ich weiß viele leute die ärgern sich vor allem nach der niederlage darüber dass überhaupt lauter spieler im gespräch sind aber da muss man auch ein bisschen sage ich mal aufs geschäft gucken wechsel zwischen beiden vereinen gab es immer schon wird es auch immer mal wieder geben und das problem haben dann eher die spieler die dann wechseln als wir fans weil wir bleiben ja bei einem verein wenn ich mir aber jetzt spieler wünschen dürfte und in der zweiten liga gucken würde was potenziell schwieriger ist von da spieler loszueisen dann würde ich mir eine rückkehr von luka schula wünschen aus magdeburg ich glaube das ist auch ein ganz guter stürmer eine frage die häufig kam ist die nach den pokal millionen und ich habe mir mal aufgeschrieben wie viele sind es denn in euro es sind 6.486.654 euro also grob sechseinhalb millionen jetzt muss man aber wissen das ist vor steuern sprich da gehen noch die steuern von ab dann prämien für spieler und trainer denn solche dfb pokalerfolge werden ja auch versüßt mit prämien für die spieler das motiviert ihr auch dann mehr zu geben entsprechend und dann haben wir am ende so eine summe x die bleibt wollen wir gar nicht noch darüber nachdenken ob nicht vielleicht auch die vermarktungsrechte in gewisser weise sich gewinnbeteiligung bei solchen außergewöhnlichen erfolgen gesichert haben bei victors entsprechend wenn ihr wissen wollt was damit de facto passiert würde ich einfach anraten vor jeder mitgliederversammlung auf die geschäftsstelle zu gehen als mitglied und einsicht zu verlangen in den jahresabschluss und auf der mitgliederversammlung entsprechend gut vorbereitet dann mal fragen zu stellen ich kann mir vorstellen das ist schon ein süßes plus für den ersten fc saarbrücken was vielleicht auch hilft den ein oder anderen spieler zu überzeugen zu kommen die man vielleicht ohne das geld nicht bekäme aber ich glaube nicht dass man jetzt für diese summe irgendwelche großen investitionen in der infrastruktur machen kann irgendwelche großen investitionen in sachen vermarktungsrechte das ist illusorisch genauso die nächste frage leider was stimmt mit diesem verein nicht warum nicht das stadion selbst kaufen bei aller liebe von welchem geld das ist komplett realitätsfremd denn stadion und sportfeld gehören der stadt ihr könnt gerne bei mir im blog schauen zum thema sportfeld habe ich ja recherchiert da gab es mal das angebot der stadt für das erbpachtrecht das war ein relativ vernünftiges angebot so wie ich es kenne aber da hat sich der verein dagegen entschieden beim stadion wiederum es gab mal 2008 meine ich das angebot von der stadt beziehungsweise die gespräche zwischen verein und stadt da ging es um so ein wiesbadener modell neubau und damals wollte die wollte der verein nicht die summe zahlen mit der das stadion in den büchern der stadt steht das war eine damals einstellige millionensumme und das dürfte mit dem neubau jetzt nicht geringer geworden sein und spricht dann kauft man als erster fc saarbrücken erst mal sagen war fantasie preis für 26 millionen euro und stadion also eine summe so viel hat ungefähr toni groß real madrid gekauft das geld hat der verein nicht ich bezweifle auch dass victors das geld so locker macht und dann hat man erst mal eine immobilie wo man ganz ganz viel machen muss entsprechend kein guter die keine gute idee eine persönliche frage wieder zum schluss vielleicht auch habe ich die dahin gesetzt weil ich jetzt so viel über vereinspolitik gesprochen habe warum kandidierst du nicht für den aufsichtsrat ganz klare antwort weil es ein wirtschaftliches kontrolle kontrollgremium ist ich bin kein wirtschaftsexperte ich kann keine bilanzen lesen das müsste ich mir drauf schaffen aber hinzu kommt noch ein anderer punkt der handlungsspielraum für den aufsichtsrat der ist wenn man genau hinschaut relativ kleine bestimmt zwar das präsidium aber wenn man da als einzelkämpfer reingeht wie es zum beispiel auch in der vergangenheit leute getan haben kann man da eher nur durch symbolisches anstoßen und reden was bewirken das sehe ich nicht als meinen job ich glaube ich bin gut aufgehoben mit dem was ich mache hier im fcs blog jetzt rede ich schon ganz schön lange aber ich will enden mit einer frage wenn du einen wunsch in bezug auf den fcs frei hättest welcher wäre das mein ganz ganz persönlicher wunsch der hat sich nicht geändert kommen wir ganz zurück zum anfang seit ich fc-fan geworden bin ich will einmal bundesliga mit dem verein erleben ich will den zu meinen lebzeiten als stadiongänger in der bundesliga sehen und wenn ich den wunsch abstufen müsste dann wenigstens einmal in der liga am millerntor oder im volksparkstadion in hamburg und da stehe ich natürlich dann der gästekurve in dem sind danke euch für die vielen interessanten und spannenden fragen wo ich auch viel reden konnte hoffentlich nicht zu viel wird ein längeres video und ihr habt bestimmt auch wieder ganz viel zu sagen einfach rein damit in die kommentare und wir sehen uns demnächst mal wieder im fcs blog